Hallo liebe Pfeifenfreunde, nachdem der Ed so ein wundervolles Video über die Pfeifenrestauration gemacht hat von einer Charatan, hat es mich animiert, dann doch mal wieder schnell ein Pfeifenvideo zu machen. Diesmal möchte ich euch den Auenland Evening Mixture Tabak zeigen und die Baltic 53 Pfeife mit 9 mm Filter von Design Berlin und einem wunderschönen Mundstück. Jetzt hat der Sommer begonnen und ich befinde mich wieder in meinem Lieblingseckchen von unserer Terrasse. Das ist praktisch meine Raucherecke. Und der Auenland Tabak schmeckt wieder wunderbar. Mild, leicht aromatisiert und sehr bekömmlich. Beißt nicht auf der Zunge. Und das ist dieses Prachtstück. Ein wunderschönes Mundstück. Wie gesagt, von Design Berlin, die Baltic 53. 9 mm gefiltert. Aber Videos über Pfeifenrestauration finde ich einfach toll. Auch wenn dann manche Pfeifenkollegen ihren Pfeifenfriedhof vorstellen. Das ist immer sehr interessant, was sich da alles so findet. Leider habe ich noch keinen Pfeifenfriedhof oder Gott sei Dank nicht. Meine Pfeifen sind alle in Ordnung. Außerdem wollte ich mich heute auch nochmal bedanken für euer reges Interesse von meinen kleinen Pfeifenvideos, die natürlich noch nicht so interessant ausgestaltet sind. Aber ich habe halt Freude daran, Pfeifen zu sammeln und ab und zu mal einen guten Tabak zu rauchen. Also, wieder mal bis bald. Ich wollte mich bloß nochmal in Erinnerung rufen. Tschau. Die Vögel zwitschern und ich genieße etwas Entspannung. Ich wünsche euch allen einen Feiertag, frohen Leichnam, wo ihr auch ein kleines bisschen entspannen könnt. Ich will mich ... ... ... ...